Persönliche Profilierung geht eben vor. Und natürlich kommt eigentlich jede Investition im Bildungsbereich, den Kindern und Jugendlichen selbst zugute. Jedes Kind ist... Ui, ein schwächer Anfall von Eva-Maria Holzneitner von der SPÖ. Die Frau und Sprecherin ist jetzt vor dem Mikrofon zusammengeklappt. Beate Meindl-Reisinger leistet Hilfe. Bundeskanzler Schallenberg, die Sitzung ist unterbrochen. Wir werden gebeten, die Kameras abzuschalten. Ich suche die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und auch den ORF, die Übertragung jetzt kurz einzustellen. Die Nationalratspräsidentin Doris Burris, zweite Nationalratspräsidentin, versucht die Medien, die Arbeit im Saal einzustellen, die Kameras abzulegen. Wir schwenken auf den Boden, verlassen die Geräte. Wir schwenken auf den Boden, verlassen die Geräte. Wir schwenken auf den Boden, verlassen die Geräte.